Multiperspektivität ist ein Prinzip der Geschichtsdidaktik für die Planung und Durchführung von Geschichtsunterricht. Es wird auch in anderen gesellschaftswissenschaftlichen Fächern angewandt, besonders in der Politikdidaktik bzw. der politischen Bildung aber auch der Religionsdidaktik. Perspektivität Das Prinzip basiert auf der grundlegenden geschichtstheoretischen Überzeugung, dass eine beobachterunabhängige Erkenntnis der vergangenen Wirklichkeit nicht möglich ist, weil jede Aussage über ein Ereignis, ein Datum oder einen Zusammenhang nur von einer bestimmten sozialen, kulturellen oder anderweitig bestimmten Perspektive ausgemacht werden könne. Dies gelte jedoch nicht nur für Aussagen über eine Vergangenheit, also Narrationen im geschichtswissenschaftlichen Sinne, sondern auch bereits für Aussagen der Zeitgenossen des jeweils zu betrachtenden Ereignisses bereits die Quellen seien also grundsätzlich, perspektivisch, geschichtsdidaktische Postulate. Aus dieser Einsicht hat die Geschichtsdidaktik nicht mehr die Vermittlung einer vermeintlich unabhängigen Wahrheit über die Geschichte an die Schüler, zum Ziel des Geschichtsunterrichts erhoben, auch nicht in der Form des jeweiligen Forschungsstandes, sondern die Befähigung zum eigenständigen historischen Denken und die Ermöglichung einer selbstständigen und verantwortlichen Ausbildung einer historischen Identität. Als Folge erhebt sie die Forderungen, dass die Einsicht in die Tatsache der nicht aufhebbaren Perspektivität und somit Selektivität aller historischen Aussagen selbst ein wichtiges Lernziel darstellt, der jeweilige historische Gegenstand den Schülern nicht nur durch Materialien präsentiert werden darf, die nur eine einzige Perspektive repräsentieren, sondern dass möglichst alle, mindestens aber mehrere relevante Perspektiven vorkommen müssen, die Schüler somit die Möglichkeit erhalten sollen, die verschiedenen Sichtweisen auch als plurale Angebote für eine eigenständige Identifikation zu reflektieren. Multiperspektivität, Kontroversität, Pluralität Der Begriff Multiperspektivität wird dabei in einer weiteren und einer engeren Variante gebraucht. In der weiteren Variante umfasst er die Forderung nach Repräsentation möglichst aller relevanten Perspektiven auf den Gegenstand insgesamt. In der engeren Variante meint Multiperspektivität allein die Kombination von Quellen aus verschiedenen Perspektiven, wogegen bei der Kombination von späteren Deutungen aus verschiedenen Perspektiven späterer Zeiten von Kontroversität gesprochen wird, und die Offenhaltung verschiedener Gegenwartsbezüge und Orientierungen aus der Reflexion der Geschichte als Pluralität bezeichnet wird. Insbesondere in der Variante der Kontroversität berührt sich die Forderung nach Multiperspektivität mit dem zweiten Prinzip des Beutelsbacher, Konsenses der politischen Bildung, Defizite in der Schulpraxis und kritische Einwände. Auch wenn das Prinzip der Multiperspektivität bereits in vielen Lehrplänen eingefordert wird, spielt es im realen Geschichtsunterricht noch keine beherrschende Rolle. Auch in den Geschichtsschulbüchern finden gute multiperspektivische Quellen und Literaturzusammenstellungen nur allmählich Eingang. Folgende Einwände stehen einem breiteren Einsatz des Prinzips entgegen. Die Erarbeitung mehrerer Perspektiven und ihre Erörterung kosten im Unterricht mehr Zeit, die unter den Bedingungen der Lehrplananforderungen und Zentralprüfungen kaum gegeben ist. Besonders leistungsschwächere Schüler werden überfordert, da sie nicht die Motivation für die angestrebte reflexive Haltung aufbringen. Das Prinzip entspricht in dieser Hinsicht nicht einer Pädagogik vom Kinder aus. Das Aufzeigen mehrerer Bewertungen könne in einen unreflektierten Relativismus führen, der gerade im Umgang mit Diktaturen und Gewaltverbrechen pädagogisch fatal wäre. Ein Beispiel dafür ist die Diskussion um die Bewertung der DDR als Diktatur. Der kritische Umgang mit Kontroversität sei eine geistige Leistung, die eher in ein Hochschulstudium gehöre. Wer etwa die Fischer Kontroverse mit Schülern aufarbeitet, stoße ständig an die Grenzen des gegebenen Textmaterials und der Kenntnisse, sodass ein unabhängiges Urteil kaum möglich wird.